Hallo und herzlich willkommen. Das folgende Yoga-Programm soll dich ganz sanft auf eine erholsame Nacht und einen ruhigen Schlaf vorbereiten. Mach sie also auf deiner Matte bequem und leg dir gerne noch eine Decke für die Entspannungsphase bereit. Starte im Sitz auf deiner Matte. Suche dir eine bequeme Position, vielleicht der Schneidersitz, vielleicht aber auch die Beine locker nach vorne. Rutsche mit deinem Gesäß etwas nach hinten, sodass du mit deinen Sitzbeinhöckern gut auf der Matte absitzt. Richte die Wirbelsäule auf, lockere nochmal deine Arme, deine Schultern. Richte den Blick geradeaus nach vorne und lege dann deine Arme, deine Hände locker vorne auf deinen Knien ab. Schließe, wenn du möchtest, hier nochmal die Augen und nimm einen tiefen, konzentrierten Atemzug. Mit deiner nächsten Einatmung öffne die Augen und öffne deinen Kinn, blickschräg nach oben. Und mit dem Ausatmen lass den Kopf locker nach vorne fallen, Kinn zur Brust. Atme ein, roll zur Seite mit dem Ohr zur Schulter, am Ende der Bewegung der Blick geradeaus nach vorne. Und mit dem Ausatmen roll wieder zurück mit dem Kinn zur Brust. Mit dem Einatmen wechsel die Seite, spür die Dehnung im Nacken und mach hier genauso dynamisch weiter, immer mit der Ausatmung Kinn zur Brust und immer mit dem Einatmen die Bewegung zur Seite, die Dehnung für den Nacken. Hier geht es um die Halswirbelsäule und darum, im Atemrhythmus in der Bewegung zu bleiben. Wiederhole jede Seite noch einmal, nimm tiefe Atemzüge und spüre die tiefe Dehnung mit der Einatmung und wie du schön locker wirst mit der Ausatmung. Ein letztes Mal Kinn auf die Brust, atme hier alles aus und mit dem Einatmen richte den Blick nach vorne. Sehr gut. Greife Deine Knie vorne etwas fester und lass Dich nach hinten ganz locker fallen, Kinn zur Brust. Dann roll langsam über die Seite lang nach vorne, Dein Brustbein strebt nach vorne und über das Knie auf der anderen Seite, komm langsam wieder zurück. Lass Dich am Ende wieder wirklich rund und klein fallen, atme alles aus hier. Noch zwei Wiederholungen, genau so über die gleiche Seite. Roll wirklich lang nach vorne. Versuch möglichst viel Länge in Deine Wirbelsäule zu bekommen, groß zur Seite und wirklich locker zurück, Kinn zur Brust. Einmal noch, genau so. Spüre den Wechsel von der langen Wirbelsäule zur runden Wirbelsäule am Ende der Bewegung. Atme hier alles aus und wechsle dann die Bewegungsrichtung. Versuche mit Deinem Brustbein weit über Dein Knie hinaus zu ragen und hier möglichst viel Bewegung in Deine Mitte zu bekommen. Vorne streck Dein Brustbein kraftvoll aus und hinten lass entspannt fallen. Werd rund, Kinn zur Brustbein und mit dem nächsten Einatmen bringen. Wieder Länge in Deine Wirbelsäule. Richte Dich auf, löse die Arme und nimm die Arme auf Schulterhöhe zur Seite. Strecke Deine Körpervorderseite, zieh Dich lang und roll mit dem Ausatmen rund nach vorne zusammen. Die kleinen Finger berühren sich. Auf dieser Höhe mach genauso weiter. Einatmen, kraftvoll strecken, Blick schräg nach oben, die Daumen zeigen nach hinten und Ausatmen rund nach vorne. Diesmal einrollen, die Arme eindrehen, die kleinen Finger berühren sich am Ende der Bewegung. Mach genauso weiter. Einatmen, wirklich kraftvoll, bring Spannung in Deinen oberen Rücken und ausatmen rund und klein die schließende Bewegung. Atme alles aus hier. Dreh wieder die Arme auf, streck dich, zieh die Arme nochmal weiter nach hinten und ein letztes Mal nach vorne einrollen. Runde Bewegung, schließende Bewegung. Öffne die Arme, nimm die Arme über Kopf, streck dich nochmal länger und ausatmen. Senk die Arme bis neben den Körper. Du darfst Dich hier ausschütteln, die Arme lockern, den Nacken und löse dann auch Deinen Schneidersitz. Nimm die Beine nach vorne, wolk und streck vielleicht nochmal die Knie und komm dann für unsere nächste Übung in eine breite Grätsche. Zieh Dir Dein linkes Bein wieder ran und leg den Fuß an der rechten Oberschenkelinnenseite ab. Rutsche nochmal mit Deinem Gesäß etwas nach hinten, sodass Du gut und aufrecht hier sitzen kannst. Setz die Hände hinter Dir ab und bewege mal etwas mehr Deinen rechten Fuß. Kreis den Fußgelenk, bewege die Zehen. Du kannst die Zehen mal weit auseinander bringen, spreizen oder mal fest zugreifen mit dem Fuß. Mal den Fuß Point machen, mal Flex, irgendwie bewegen, wie es angenehm ist. Finde eine gute Position für Deinen Fuß und richte Dich hier nochmal gut auf. Nimm einen Atemzug. Bereite Dich vor auf unsere Vorbeuge. Setz beide Hände vor Dir ab. Bleib entweder hier in langem Rücken oder wandere mit den Händen lang nach vorne. Du kannst auch Deine Unterarme auf der Matte ablegen. Wenn Du einen Block hast, kannst Du auch Deine Stirn auf dem Block ablegen. Genieße hier die sanfte Vorbeuge. Lass Dein Bein locker und die Arme vorne stark. Nimm noch einen tiefen Atemzug hier und löse dann die Position sanft wieder auf. Löse Dein linkes Bein und wechsle in Ruhe die Seite. Dein rechter Fuß kommt an die Oberschenkel, Innenseite links. Erstmal wieder langer Rücken, lehn Dich leicht zurück und konzentriere Dich wieder auf die Bewegung in Deinem Fußgelenk. Versuche auch an die Zehen zu denken. Die Zehen bewegen, die Zehen einrollen wie zur Faust und weit auseinander und spreizen. Richte Dich dann wieder auf. Der Fuß hat jetzt eine gute entspannte Position und komm in Deine Variante der Vorbeuge. Setze die Hände vorne ab und halte aufgerichtet die Wirbelsäule oder wandere wieder nach vorne und versuche Dich lang nach vorne etwas tiefer zu begeben. Du kannst wieder die Unterarme ablegen, vielleicht die Stirn auch auf zwei gestapelten Fäusten. Das funktioniert auch gut. Ganz egal, mach hier Deine Variante und nimm hier 1, 2 entspannte Atemzüge. Löse langsam wieder die Position und komm zurück in den Sitz. Wander mit den Händen zurück, richte Dich auf. Löse wieder die Beine. Nimm die Beine nach vorne. Bewege Dich hier gerne noch mal. Lockere Deine Knie, Deine Füße noch mal aus und komm dann über den Seitzsitz in den Vierfüßlerstand. Die Hände sind vorne ungefähr schulterbreit auseinander. Die Knie gehen breiter auseinander. Heb die Füße an, die großen Zehen berühren sich. Leg den Fußrücken ab und schieb Dein Gesäß weit nach hinten auf die Fersen. Wandere mit Deinen Händen die Matte lang nach vorne. Dein Gesäß bleibt hinten. Drück vielleicht noch mal etwas kräftiger zurück. Die Arme vorne bleiben stark, die Ellenbogen gestreckt. Und für unsere Variante, wandere mit Deinen Händen rechts runter von der Matte. Leg dann Deine rechte Hand auf dem linken Handrücken auf und versuche Deine linke Schulter etwas eher tief zu drücken. Dein Brustbein zeigt in Richtung Deines rechten Knies. Spüre die Dehnung in Deiner linken Flanke links im Latissimus und halte hier einen Moment. Fokussiere Dich hier mehr auf Deine Atmung und versuche Deine Atmung in den Bauchraum zu schicken. Der Bauch wird dick mit der Einatmung. Genau so. Nimm hier noch 1, 2 tiefe Atemzüge. Löse dann langsam die Position, komm zurück zur Mitte. Korrigiere nochmal in der Mitte, halte den Rücken lang, die Arme stark und wechsle in Ruhe die Seite. Die Hände wandern links von der Matte herunter. Der rechte Arm bleibt lang, es geht um die Dehnung der rechten Seite. Leg dafür gerne Deine linke Hand auf dem rechten Handrücken ab, fixiere die Hand so auf dem Boden und drücke Deine rechte Schulter sanft nach unten. Dein Gesäß bleibt die ganze Zeit hinten bei den Fersen und versuche auch hier auf dieser Seite wieder Deine Atmung in den Bauchraum zu schicken. Der Bauch wird dick mit der Einatmung. Der untere Rücken hebt sich mit der Einatmung. Du darfst die Position langsam wieder lösen. Wander zurück zur Mitte. Die Arme bleiben stark erstmal. Drück Dein Gesäß weiter zurück und wenn Du möchtest, leg dann die Unterarme ab für die Stellung des Kindes. Es gibt verschiedene Varianten. Du kannst auch gerne Deine Stirn auf dem Handrücken vorne ablegen oder die Arme am Körper vorbei, die Handinnenflächen zu den Fersen nehmen. Entscheide Dich hier für die Variante, die für Dich am angenehmsten ist, am bequemsten. Und wenn Du möchtest, schicke Deine Atmung auch hier wieder in den Bauchraum. Der untere Rücken hebt sich mit der Einatmung. Der Bauch wird dick mit der Einatmung. Spüre mal die Muskeln in Deinem Rücken, wie sie sich dabei auseinander dehnen. Nimm noch einen Atemzug hier und um dann gleich aus der Position wieder rauszukommen, setz Deine Hände wieder vorne ungefähr Schulterbreit ab. Streck die Arme, übe Druck aus mit den Händen, löst die Stirn, richte den Blick nach vorne und richte Dich langsam auf. Komm, ganz wie Du möchtest, in Deinem Weg, in den Sitz, auf Deine Matte, die Beine nach vorne gestreckt. Schau, dass Du genug Platz nach hinten hast, sodass Du Dich gleich nach hinten ablegen kannst in die Rückenlage. Stell dafür die Füße hüftbreit auf und lass den Oberkörper nach hinten fallen. Die Fußsohlen fallen zueinander, die Knie nach außen in den liegenden Schmetterlingen. Leg gern die Arme neben Deinem Körper ab, richte den Blick nach oben und lass jetzt hier in dieser Dehnübung ganz entspannt die Beine fallen. Spüre die Dehnung in Deinen Leisten oder in Deinen Oberschenkeln und bleibe mal für einige Atemzüge genau hier. Wenn Du möchtest, schicke Deine Atmung wieder in den Bauchraum. Schenke Dir in dieser Position noch einen wirklich tiefen, entspannten Atemzug. Und löse dann langsam die Position. Stell Deine Füße auf der Matte ab. Zieh Dir die Knie ran zur Brust, nimm die Arme auf Schulterhöhe ungefähr zur Seite, die Handinnenflächen zeigen nach oben. Lass die Beine nach rechts fallen, den Blick nach links und komm hier zum Schluss nochmal in eine schöne Rotationsdehnung und versuche auch hier einfach mit der Schwerkraft fallen zu lassen, liegen zu lassen und spüre die Dehnung, die Öffnung in Deiner linken Flanke. Nimm hier noch einen Atemzug. Und löse dann langsam. Komm zurück mit den Knien zur Mitte, rutsche zurecht und wechsle in Ruhe die Seite. Die Beine fallen jetzt locker nach links, der Kopf fällt nach rechts und lass auch hier locker fallen. Spüre die Dehnung in Deiner rechten Flanke. Atme tief in diese Öffnung hinein. Mit Deiner nächsten Einatmung zieh die Knie wieder ran. Nimm die Arme neben den Körper. Bewege nochmal Deine Knie, Deinen unteren Rücken, Kreis, die Hüfte und finde dann den Weg in Deine Schlussentspannung. Wenn Du mit dieser Yoga-Einheit einschlafen möchtest, dann mach es Dir jetzt gerne in Deinem Bett gemütlich und stoppe nach der Einleitung in die Entspannungsphase dieses Video, um nicht geweckt zu werden. Ansonsten suche Dir eine möglichst bequeme Position in der Rückenlage. Die Beine sind hüftbreit auseinander. Die Arme liegen entspannt neben Deinem Körper oder die Hände auf dem Unterbauch ab. Schließe Deine Augen und wenn Du möchtest, schicke Deine Atmung wieder in den Bauchraum. Bleibe mit Deiner Aufmerksamkeit genau hier. Du darfst genau so sein, wie Du gerade bist. Schließe Deine Augen und ich war richtig, schieken, wie Du gerade bist. Schließe Deine Augen und ich war diesen Weg nicht. Schließe Deine Augen und ich bin herzlich in Beine Ahnung. Schließe Deine Augen und ich bin aus der Rücken, die Böne, die Böge und Schleppe befindet, in der Rücken, die Böge und die Böge und die Böge haben. Det ist auch, dass hier die Bibelmöglichkeiten, die Böge sich leer und faire ein paar Stunden mit Unfortunately. Ich habe ein paar Stunden mehr überrascht und die Böge und die Böge. Vielen Dank. Vielen Dank. Bewege die Füße, die Zehen, die Handgelenke. Atme tief durch und stelle dann beide Füße auf der Matte ab. Lass dich auf die Seite fallen und komm über die Seite nach oben in den Sitz, in den Schneidersitz, so wie wir angefangen haben. Richte dich hier nochmal auf, richte den Blick nach vorne. Nimm hier einen tiefen, nähernden Atemzug. Nimm mit der Einatmung die Arme weit über Kopf. Aus, senk die Arme. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020